um der Taschen zum hinstellen wo die brauchen wir erst mal auch nicht weil die die spawnen ja eh ich glaube die ganzen guten Sachen hast du schon mitgenommen auch hast du schon Blut und sie aus der Kiste gelernt denn wenn ich die mal leben Treppe Warte ich schmeiß mal kurz der Flair hin da liegt sie die bringt zwar jetzt irgendwie kaum noch was für mich okay Flammbuds habe ich glaube ich schon jo hab ich schon ich guck einfach mal dass ich hier alle Kisten ausräume hier ist noch eine MP5 die hast du übersehen ich unloade mal einfach fast alle Waffen okay außer die zwei Shotguns die sind noch mal wichtig für mich die müssen wir hinbauen aber ich habe keinen Blueprint dafür für eine Metalltreppe neuer auf Metall Sachen kann man kein Holz bauen das wäre ja schön geht aber nicht hier ist noch massig viel Holz drin radioaktive Pillen Fleisch ungebratenes war hier nicht ein Lagerfeuer hier oh hier ist auch noch ordentlich Fleisch drin so ich habe erstmal 241 Fleisch ja da war was im Ofen ein bisschen hier ist noch was kaputtes die Sachen die wir eigentlich erstmal nicht brauchen schmeiße ich erstmal raus dass die Kisten hier die spawnen können dann denken die die sind die spawnd falls sie denn nochmal online kommen was ich wohl eher nicht glaube ach hier hier ist noch Holz drin oh jetzt müssen wir hier diese ganzen Steine nochmal Steine Stein oh hier ist überall Stein drin voll wie blöd die sind dass sie einfach eine Tür hier offen lassen mitten im Haus da kommt man ja sicherlich hier rein jo oh hier sind noch Flares da ist ein paar Trottel ach wir können auch einfach ich habe eine Idee eine ganz pfiffige Idee schaffe ich das? und wieso bin ich oben? das ist doch voll einfach hier sind aber nur zwei Kisten und da ist nichts drin ja guck mal was da so drin ist oh alter Research Kids unendlich viele Research Kids bist du auch gerade in so einer Kiste und hier sind nur die Research Kids ich schmeiß Müll raus ja ich bin Handknochen so knarren die haben hier drei Research Kids gesteckt wie geht das denn hier sind echt nur Research Kids in dieser Kiste ist unglaublich ich habe gerade auszusehen eine Waffe weggeschmissen guck dir da guck das dir da mal an ach ich bin gerade wieder rein Alter das ist richtig okay ähm was schmeiß ich denn mal raus nehmen alle Research Kids mit wir expandieren dann um also wir ziehen um ey hier ist ein Bett das muss ich zerstören damit der hier nicht spawnt weißt du das ist sehr heftig alter ey da wird das Let's Play ja nochmal richtig spannend wenn ihr Lust habt könnt ihr es ja weiterempfehlen oder keine Ahnung favorisieren also mir macht das gerade mega Spaß und auf jeden Fall alle Betten zerstören sonst finden die hier noch wieder her so Boden hab ich selber komm einfach runter und also mein Inventar ist voll aber okay ich dann jetzt auch jo und ich zeig jetzt da wo wir hin müssen wo wir alles einlagern weil die eine Kiste ist ja ran voll ja ich renne erstmal zu unserer Bude jetzt hab ich wieder meine Waffe mit der ich immer rumgerannt bin äh bin weißt du noch welche? die P250 die Walter mit der bin ich immer rumgerannt alter hier ist so viel Krempel einfach nur drin diese Explosiv-Charge-Dinger die soll man an Wände machen um Türen zu sprengen oh Türen sprengen okay komm einfach mit ich nehm so viel Krempel mit was du noch mitnehmen kannst obwohl ne komm erstmal mit dann weißt du wo das erstmal ist meinst du auch ja das ist viel was wir hier einfach nur haben wie so ein Mini-Ding das ist der Boden ne kommt der noch ordentlich was denn in einer Kiste kommen nur Research Kids ey du stehst im Weg geh mal ein bisschen weiter geh mal auf die Kiste rauf bitte ich kann dir sonst keine weiteren hinbauen ah geht doch kein Play-Stick okay ganz links kommen oh ich hab sogar noch Kisten dabei Kisten kommen auf jeden Fall erstmal nur Bausachen rein plus Holz alter hier kommen Blueprints rein wo kommen die Research Kids rein warte ich hier auch noch mit rein hier in diese Kiste wo du gerade drauf stehst und auch alle Blueprints und sowas alter M4 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 mhm schwarzbuer uuuuuh ganz viele ja das sind Holzböden und sowas Holztorys Okay, ich würde sagen, nochmal weiter hin und her rennen gleich. Warum, komm, hilf mir. Nein, morgen ist zu spät, vielleicht ist denn alles despawnt. Das hatte ich schon öfters. Naja, wir haben das Haus nicht gebaut, von den Buildern, die spawnen das dann, von den Bildern, von den Bauern. Hm, vielleicht sind die wieder unentwickelt. Das wäre ja behindert. Ja, warum? Ja, dann können wir nichts mehr looten. Ja, doch, wenn die wieder öffnen. Toll. Ich lage hier noch ein bisschen um. Komm, lauf noch einmal, einmal laufen. Einmal ist es nicht. Okay, Inventar einmal komplett leer machen. Und die Research Kids einfach nur Research Kids mitnehmen. Hier den Rest lage ich dann nachher um. So, hier kommt dann die Waffenkiste und so hin. Jo. Hier ist die Scheißkramkiste. Rudolf. Das ist ja ein schöner Name. Da 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 Was? Ne Verdammt Wir müssen unbedingt hier diese Eisenpillar-Dinger hinbauen Äh, hingebaut kriegen Hab ich gerade einen Hund gehört? Hier in-game Hm? Ich glaube ich hab hier gerade einen Hund gehört, also so ein Wolf In-game Ich glaub ich hab gerade einen Wolf hier Ein Bärchen Ja Alter, dass du sowas noch mal Ich dachte, dass wir alle schon weggelootet, aber Dass wir wirklich denn niemand auf dem Server war Das spawnt ja nicht mal eben so Eisen hält ja viel länger Das ist schon heftig Wir haben wohl erstmal keine Material-Sorgen mehr Höchstens an Eisen könnte uns hier noch was fehlen Also wenn einer hier uns über die Quere läuft, dann ist der echt erstmal gearscht Sehr gut Und sehr viel Munition Oh Gott Hm, ich könnte noch einen anderen Mark eventuell fragen Ob der auch noch mit zockt Ich kenne da mittlerweile fünf Und dann geht's mal richtig ab Okay, hier waren ja nur Steine drin Achja, die Research Jetzt waren ja alle oben, ne? Hallo? Ja Gut So, hier nochmal die Kisten geleert Mit Klamotten Oder ein Suchti Suchti Jetzt komme ich hier noch nicht mal Ach, da vorne war schon der zweite Stock Ah gut, ich bin im zweiten Gut Gut Die hier war eh leer Ja, wo waren Ach, die Research Kids waren ja hier Ne, hier war das, oder? Ach, da bist du gerade dran Nein, aber hier vorne Hier, an der bin ich jetzt So Ist auch leer Oh, hier sind noch Waffen Genau, zwei Stück Gut, sind da oben noch mehr Kisten? Gut, da komme ich aber wohl nicht mehr ran Wir könnten das Haus auch zusammenstürzen lassen Einfach die untersten Balken wegkloppen Wir hätten ja genug C4 Nein Ey, da kommt ein Bär Guck mal Da, wie süß Da, vor dir Links Oh, was hat er dabei? Looten, looten, looten Äh Ach, wie langweilig Ich nehme mal deine Boden Oliven Kennst du ja noch Oliven Oliven, oder? Da waren das Oliven Oh, hier ist noch Holz Haftleers Schwarzpulver Gut, jetzt Oh, hier ist noch ein Schlafsack Weg mit der Nummer 2 Wie sein Vorjuhl Ich bin Faktion Ich bin Ich arbeite Ich bin Die Die Yeah, everybody know we stay yo. Yeah, everybody know we stay yo.